Hallo, ich bin Christina. In diesem Video bringe ich euch die drei wichtigsten Nährstoffgruppen näher. Außerdem lernt ihr, was der Energieumsatz bedeutet. Für die Erklärung, was Nährstoffe überhaupt sind, solltet ihr mein Video über die Ernährungspyramide gesehen haben. Zu den Nährstoffgruppen allgemein gehören Kohlenhydrate, Mineralien, Proteine, Vitamine, Fette und Ballaststoffe. Die drei wichtigsten werden hier erklärt. Diese sind Kohlenhydrate, Proteine und Fette. Woraus bestehen Kohlenhydrate? Kohlenhydrate sind zum Beispiel Traubenzucker. Der Fachbegriff darf den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Sofatutor.com – gute Bildung, zu Hause!